Ich bin im Objektiv-Rauf. Boah, hinter uns, hinter uns. Ist drin, der ist nicht. Was geht ab, Bros? Yo, ich bin's wieder, Big Monk-Styler, am Start in Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ich bin nicht alleine am Start, sondern mit Psyker, dem Goat King und dem wunderbaren Siegel. So, die lassen mir ja alle hier die Klasse frei oder nimm ich's hier halt, ne? So, ich enable mich mal wieder im TS. Wir hoffen auf ein gutes, gutes Match. Drückt uns die Daumen, liebe Zuschauer. Und da wollen wir mal sehen, dass wir's richtig krachen lassen, ne? Hahaha, hey. Sound resumed. Wenn ich mein Recoil nach unten ziehe, geh wieder draußen. Was, Recoil, was, wo, was? Ich hab irgendwie ein halbes Thema verpasst. Ich häng mich, ich häng mich, ich häng mich ans Dach, hau mir das Fenster weg und zieh mich ans Dach hoch. Und wenn dein Recoil dann ans Dach geht, Alter, dann war das Absicht. Was für ein Rekoll. Der Headfinder. So, okay, 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 Jungs, auf rein da, Alter. Komm, wir müssen das Objektiv finden. Wir gehen Keller runter. Ich bin im Erdgeschoss, 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 Erdgeschoss sieht sauber aus hier, die Dusche ist voll dreckig, wie geht. Keller, Keller, Keller. Keller? Ja. Okay, dann lass mal im Keller gucken. Sucht mal im Keller die Außenwände ab, wo da eventuell ein Readspot ist. Boah, hier sind zwei Leute haben mir vorbeigelaufen. Nee, Objective ist im Keller, ich hab's gerade gespottet. Hab's gerade gespottet, Leute. Geh mal da rein, genau, guck mal, wo da weiche Wände sind. Guck mal irgendwo auf die Wände, hier muss irgendwo was geben, da ist irgendwo ein Readspot. So, schießt die Kamera ab hier. Nice. Okay. Aber hier sind noch mehr Außenkameras, noch viel mehr, ne? Ich glaub, die haben insgesamt hier auf der Map drei Außenkameras. So, hier vorne, hier, genau hier ist es, schaut mal hier. 6 Meter. Müssen wir gucken, wie wir hier am besten reinkommen. Toll, wie man sich nicht hier hochdingsen kann. Krass, krass, wie die Noobs stehen die vor der Mülltonne. SAS, GSG 9, oder? Ich glaub, guck mal Jungs, guck mal Jungs, hier das Fenster, hier da. Da ist ein Gegner. Nee, nee, hier, hier, hier. Hier können wir rein eigentlich. Warte, ich fach's auf, der ist, Achtung. Ja, Mann. Was hab ich überhaupt... Der springt halt schon. Was hab ich überhaupt für ne Klasse, Alter? Hä? Der ist halt so ein Held, der ist schon runtergesprungen. Echt? Der ist richtig stark, Alter. Ja, das sind die Stärksten, Alter. Warte, Granate, Granate. Oh, hast du mich fast runtergefangen? Okay, alle gleichzeitig rein, ja? Nach der Granate, alle rein, 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 rein. Oh, da war ne Granate. Ich sag doch, warte, das. Warum wirst du zwei da rein, einen langt? Ah, krass, Alter. Krass. Guck's dir an, ey. Total. Domination. Hast du die alle geohnt, oder was? Ja, ja. Was hast du da für ein Scope auf der AK? Was ist das? Das ist ein normales Cobra. Das ist ein normales Cobra. Den anderen da hinten, habt ihr das gesehen? Ja, ja. Den hast du im Spray umgeniefert. Geil, Alter. Aber die zweite Granate darfst du halt nicht werfen. Ja, die eine langt, eine langt und dann direkt rein. So, verteidigen. Nach und nach alle Türen zu machen, die am Objective zuletzt, ne? So, wohin gehen wir? Äh, Garage? Nee, Garage ist scheiße. Nee, nee, Administrator ist okay. Ja, klingt gut. Das klingt gut. Ist da dann auch unser Objective? Ja. Ja, das ist ja deswegen, das stimmen wir dann ab, wo unser Objective spawnt. Und die Gegner sollen das jetzt nicht finden. Ich hab den Disruptor dabei, den Mute. Ich muss jetzt überall an den Eingängen diese Disruptoren hinsetzen, dass die Gegner mit diesen Kameras nicht vorbeikommen. Und, ja. Weil als Angreifer hat man einen erheblichen Vorteil, wenn man das Objective weiß. Und versteckt die Wände und hier in... Ist das unser Objective? Da, wo Objective steht, Digga. Verstärkt den Boden. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut, ich mach mal hier die Hauptdinges zu. So, das Objective ist erstmal gesichert hier. Eine Kamera ist ausgeschaut. Ja, ja, easy. Brauch ne Kamera? Warte, warte. Pack hier so ein Ding hin. Okay, komm zurück, Siegel, Siegel, Siegel. Nicht so weit raus. Ja, du bist tot, alle sechs Sekunden. Die haben, die haben no clip, Digga. Kamera? Da, die haben es nicht gefunden. Okay, komm rein, Siegel. Oder mach da hinten die Tür zu. Oder ich, oder du. Ja, genau. Geht die hier nicht zu? Nee. Die Breite sollte da eigentlich zu gehen. Ich dachte, die geht zu. Nice, nice. So, Leute, hier drinnen. Ich bin im Objective-Raum. Boah, hinter uns, hinter uns. Ist drinnen, der ist links. Alles cool, Leute. Oh. Wer war das? Das war ich. Oh, okay. Wollt schon sagen, seit wann haben die Angreifer so ein Gas, ey. Macht das uns Schaden? Keine Ahnung. Nee. Okay, ich hab's ausprobiert. Kein Schaden. Zu Team-Mates. Kameras, Jungs. Ich seh einen unten. Wo? Alter. Von wo? Von wo? Der ist down. Der ist down. Der ist down. Rätts mich mal einer, bitte. Noch einer? Wir haben einen Medic, nämlich. LoL, mit 50 rätst der einen. Okay. Du's geil. Der andere kommt durchs Haus hochgelaufen. Ich verbarriker dir die Fenster wieder. Nicht, nicht daran gehen, bitte, zu der Sprengladung. Wo ist denn hier eine Sprengladung? Dort, wo ich das erste Mal gezündet habe. Also Gasladung unterhalb. Ach so. Okay, die Fenster sind wieder zu. Und was sagst du so zum Spiel? Zeiger, Sinaruk. Supergeil. Geil, oder? Ja, gerade das Fenster von außen wieder zugemacht. Nee, nee, das waren wir. Da, easy. Geil. Geil, Alter. Geil. Was ist das denn? Ich spiele jetzt grafiklich nicht den Burner, aber es ist gut. Hä, was? Wie, wo? Ich spiele jetzt grafiklich keine Top-Neuheit. Ja. Ganz ehrlich, die aktuelle Top-Neuheiten musst du auch nicht machen. Das bringt ja Probleme mit sich. Richtig. Ja, ist auch so. Aber die Grafik passt. Einfach. Ich finde, ich finde das richtig geil, wenn du diesen bodigen Matsch hast. Jetzt hast du den Russen, oder was? Ach nee, du kannst den haben. Du kannst den haben. Ich habe den schon eh zu oft gespielt. Sehr nett. Ich muss mir... hier noch ein bisschen was freischalten. Joa, schön. Gauti, du hast wieder den Mega-Sprenger? Jo, da weit. Nice, sehr gut. Soll ich ganz oben suchen mit dem Dings? Ja, mal gucken, wenn wir mal rein... Geht da rein, wo ihr zuerst seid. Und dann später laufen wir wieder ins Haus rum, gucken mal, wo wir reinkommen und heften uns alle erstmal an Goat King, weil er wird uns dann die Mega-Wand aufbrechen. Weil damit rechnen sie am wenigsten, dass wir diesen Typ dabei haben, der halt diese verstärkten Wände aufbrechen kann. Ist immer so ein Überraschungseffekt. Ich gehe nach oben. Okay, ich gehe mal in den Keller. Ich bin schon im Keller unten. Ist Keller nix? Keller scheint clear, Keller clear, ja. Okay, dann wahrscheinlich oben, im Erdgeschoss sieht es jetzt auch nicht so aus. So, oben haben wir schöne variablen Möglichkeiten einzubrechen, also da gibt es viele, viele Ecken. Lass erstmal aufs Dach hoch, würde ich sagen, und die Fenster beobachten, wo wir rein können. Ah, ich vergesse immer die scheiß Kamera kaputt zu machen. Also alle mal hoch aufs Dach erstmal. Geil, wie das aussieht, Jungs, alle. Special Einsatzkommandos, da. So, wir sollten auf keinen Fall durchs Treppenhaus gehen, weil die haben diesen Haupteingang vom Treppenhaus so was von zu gemint mit Stacheldrahten, allem drum dran. Müssen auf jeden Fall irgendwo durch ein Fenster rein, und am besten findet ihr ein Fenster, das verstärkt ist. Das sieht man ja an diesen Nieten, die da durchgucken. Ah ne, Fenster kann man ja gar nicht verstärken, weil es laber ich. Aber echt, ey. Aber der Eingang ist hot, Alter. Können wir hier die Ecke nicht aufmachen eigentlich? Hier geht auch runter. Ja genau, lass mal hier, oder wollen wir hier rein, wie sieht's da unten aus, Siegel? Ach, äh, Goatking. Da unten schaut's eigentlich ganz gut aus. Okay, wir gehen alle rein. Michi, kommst du? Ich hab mich hier in die Hauptarea reingelassen. Boah, da würde ich aufpassen, die sind alle da. Oh shit, Jungs. Oh nein, meine Lie... Oh nein, oh nein. You've been spotted. Was? Fick dich. Oh, ich will dich. Boah, genau. Der liegt dort. Lol. Lass mich in Deckung gehen. Ich fahr mit dem Ding rein. Ich geb ihm einen Taser. Habe ihn getasert, er ist getasert, ihr könnt rein. Der liegt genau bei dem Tisch. Den rechts hab ich getasert. Den hab ich erwischt. Genau da ist er klegen. Da ist er rechts, rechts. Hoppen. Nice. Nice, Siegel, nice. Heute mal kein Bullet-Magnet. Okay, wir sind drin. Jetzt ist die Frage, wo ist das Objective? Das Objective ist dort, wo wir waren. Ja, heb mich auf, die sind hier ums Eck, hinter zwei Barrikaden. Kriegst du mich aufgehoben? Nice. Oh, pass auf. Wer auch immer da vorgestellt. Links geht. Links geht. Durchgehört. Was? Ihr wollt grad sagen, du hast den Stift zogen. Krass, wie er drückt, alter. Ich hab ihn runtergeschreckt. Jetzt muss unser Randomes reißen, ey. Komm, der soll mich hier rausziehen, alter. Komm, helf mir, helf mir, helf mir, helf mir, bitte, 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 bitte. Nice. Guter Mann. Hier sind wir noch gleich. Ja. Hast du noch Granaten oder so? Nee. Gar nichts. Aber warte mal, was hab ich denn hier auf der 6? Ach, das ist meine normale Pimmel-Kamera. Ah. Oh, das ist sehr gut. Warte. Warte, egal. Schönen wir jetzt. Nice. Nice. Wir gehen, ne? Geil. Da ist mal ein Random-Mate bei uns, der es auch drauf hat, ey. Das ist ein Org-Shit eigentlich. Das ist das einzige, das einzige, was er gerade die Gäste macht, das ist, dass er ihn abgelenkt hat, damit du ihn töten kannst. Das war... Das war richtig genius. Aber ich hab ihn gar nicht bekommen, glaub ich. Ah, flawless Victory, Leute. Es gibt wieder ein Geldsägen für uns. Juhu. Also, jetzt geh ich auf jeden Fall mal shoppen. Krass, wie ich aber der Schlechteste bin. Ach, jetzt geht's ja eigentlich genau gleich weiter, gell? Naja, cool. Also, die AK, die rockt. Die rockt. Alter, 435. Ich hab ja noch 8 gekriegt. 399 für den letzten Platz, Jungs. Ja, ist ihr gut. Ist ihr gut? Boah, ich hab's grad gar nicht gesehen, das war nur ein Frame, Alter. Das war jetzt zu schnell. Wollen wir kurz mal shoppen, oder wollt ihr gleich weiter? Nein, nein. Gleich weiter? Okay. Gleich weiter. Ab weiter. Und für die Zuschauer geht's nicht weiter, denn hier ist erstmal Stopp für euch. Denn sonst wird die Folge hier viel zu lang. Also, Genossinnen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oder eher gesagt, die Runde. Wir haben auf jeden Fall Bills gone. Flawless Victory gab's mal wieder für uns. Und, äh, lief richtig gut. Gab eine dicke, fette Belohnung. Ich hab zwar nicht gesehen, wie viel ich bekommen hab. Aber easy peasy. Jungs, ich hab schon 1,5 auf dem Konto. Ist das nicht geil, Alter? Ja, und das war's dann auf jeden Fall von Mirvik Mongosat, einem Psycho, dem Goat King und dem Siegel. Haut da rein, Genossen. Bye, bye. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.